Habt ihr das gehört? Oder war das wirklich die Musik? Weil jetzt ist ein anderes Lied und jetzt hört man vor allem nichts mehr. Oh, das Diamant. Scheiß auf Angst, das Diamant. So, wunderschön. Hier, gleich mal abbauen. Ich will so hoffen, dass ich nicht sterbe. Ich glaube, ich werde erstmal zurückgehen. Oder ich baue mir hier eine kleine Box hin. Wo ich dann den Diamant rein tue. Weil ich habe schon sechs Stück. Und das möchte ich nicht, dass der weg ist. So, okay. Hier beim Wasser, dann brauche ich mir mal hier noch... Jetzt habe ich das Holz nicht dabei. Doch da, 1, 2, 3, 4. So. Aber so weit war ich doch jetzt nicht vom... Oder war ich so weit weg? Nee, da ist es ja. Okay. Lade ich mal hier noch die Diamanten ein. Und das Zeug. Und das. Und den Bogen nehme ich mal lieber hier in die Hand. Und das Gold auch. Und ich glaube, hier mache ich lieber mal zu, dass da niemand reinkommt, so. Und der Zombie ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Aber das interessiert mich ja nicht, weil die sind ja alle zugemauert hier, ne? Okay, 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 okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Ähm, äh, ja, dann, äh... Dann gehen wir mal wieder da hin, auch wenn ich so gar keinen Bock da drauf habe. Okay, Leute. So. Darunter. Da oben war auf jeden Fall irgendwas. Aber ich glaube, ich höre die Geräusche jetzt nicht mehr. Also, schätze ich mal, war das vielleicht in der Musik. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich höre nicht auf zu springen. So the fuck. Okay. Redstone. Sonst nichts. Alles klar. Kann ich mir nachher noch den Redstone holen. Ist auf jeden Fall schön, dass hier Wasser ist. Da hau ich mich jetzt mal durch. Weil, äh, dann kann ich mit der Obsidian brennen. Wenn ich dann so kommen sollte. Oh nein, was ist denn das? Wow, wow, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Und warum höre ich Schritte? So, gucken wir mal, da. Und da ist auf jeden Fall auch noch mal was. Das mache ich mir mal frei hier. Da ist auf jeden Fall mal rauf. Und da rein. Ah! Oh, what the fuck? Oh, Gott. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, ist das peinlich. Es tut mir so leid, Leute. Ich habe mich gerade so erschrocken von dieser Scheißratte. Wer hat noch Lust? Oh, verdammter Creeper. Verpiss dich, du dummer Penner. Hau bloß ab, ey. Hau bloß ab. Ist das gerade... Komm, komm, geh weg da, du Arschloch. Ah, hättest du wohl gern, hä? Explodieren, hä? Nicht mit mir, Alde. Okay, da oben ist noch... Da war ein Creeper. Also, vielleicht ist da noch mehr Zeug. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Ich würde aber erst mal gern hier den Raum ausleuchten, weil der macht mir ein bisschen Angst. Okay, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Da oben geht es weiter. Da ist Eisen. Da ist auch noch Eisen. Zombie? Hey, solange es nur ein Zombie ist, oder? Was ist das? Ach, das ist aber die Musik. Okay, alles klar. Hoffentlich hat sich dieses Vieh, was diese Geräusche gemacht, schon verzogen. Jetzt hat er so ein... Öh, jetzt ist das weg und er ist ja gar nicht hingelaufen. Lame. Ja, 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 ja. Mach das mal. Das sind die Ängste, die man hier durchsteht, ey. Panikattacken. Irgend so hässlichen Monstern, die man nicht kennt. Ach komm, Zombie. Zombie, vor dir habe ich keine Angst. Das ist wohl sehr nah, ey. Und da geht wohl irgendwie das Wasser dahin. Und wo ist jetzt der Zombie? Der ist ja gerade ins Wasser gefallen, also, oder? Oder ist der über mir, oder so? Also, auf jeden Fall planscht da jemand im Wasser rum. Ah, da ist auch noch irgendwas. Ah, jetzt habe ich da unten Obsidian, nicht wahr? Okay, also... Auf jeden Fall planscht da irgendwas im Wasser. So, jetzt habe ich mir ein schönes Feld angelegt, da. Jetzt machen wir das Wasser dann mal weg, wieder. So. Okay, Wasser ist weg. Jetzt ist die Frage. Erstens, wo ist diese Ratte? Zweitens, wo ist diese Zombie? Und drittens, what the fuck? Und vor allem drittens. Drittens macht mir am meisten Kopfschmerzen. Ganz schön mutig, wie ich hier um die Ecke gelaufen bin. Oh, da ist jede Menge Gold und Kram. Das ist ein Skelett. Aber das ist nicht der Zombie, auf den ich gewartet habe. Guck mal, Skelett. Ein faires Duell, der Böden. Dass ich gewinnen werde, da ich besser schießen kann als du. Jawohl. Was schwimmt denn da vorne eigentlich? Sind das Haizähne? Wurden hier Haie angespielt? Ohne Scheiß? Was ist denn das hier für eine kranke Tötungshöhle? Da ist natürlich auch noch Wasser. Dann könnte es sein, dass die Zombies auch da bei dem Wasser irgendwo sind. Hm. Da müsste man mal gucken gehen. Möchte das irgendjemand für mich machen? Okay, okay, also. Irgendwo sind Zombies. Über mir? Oh, oh, oh. Aber wir sind auf jeden Fall nahe. Links vielleicht? Ach so, das war nur der. Sind die, oder sind die über mir? Oder du unter mir? Oder da, an der Seite von mir? Die Rette muss ja auch noch irgendwo sein. Ich hab so gar keinen Plan. Leute, ich hab echt so gar keinen Plan. Oh, oh. Oh, oh, das wird noch ein ganz schlimmes Ende nehmen hier. Ja, ja. Ich fürchte, das wird alles irgendwas beantworten, wenn wir nämlich da oben lang gehen. What the hell? Ah, da kommt ein Zombie. Ach, da war ich ja. Oh, da oben war ich ja noch gar nicht. Ich glaub, da oben ist ein Spawner. Nee, da war nur ein Grafik-Bug. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Da war aber doch vorhin, wo ich diese fiesen Geräusche gehört habe, oder? War das nicht das? Ja, das müsste hier gewesen sein. Oh. Ja, leck, das kann ich natürlich. What the fuck? Was war das? War das ein Schrei? Okay. Was? Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Schwert. Schwert, Schwert. Oh, verpiss dich, verpiss dich. Was zur Hölle? Oh, geh bloß weg. Oh mein Gott, stirb! Was? 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 Was willst du? Wieso stirbt das Ding nicht? Alter, ich hab ein Diamantschwert und hab fast kein Leben mehr. Aber geh drauf, geh drauf jetzt. Geh drauf jetzt, geh drauf. Verdammt. Fuck. Oh. Alter. Ist doch gut jetzt. Okay. Verdammte Kacke. Was zur Hölle? Creepy Monster ist creepy. Jetzt komm her. Jetzt möchte ich... Fuck. Jetzt kann ich das nicht mehr abschießen. Jetzt komm her, du Penner. Okay, äh, Leute, was zur Hölle? Was zur Hölle war das? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, kommt dir auf einmal so ein Ding entgegengesprungen, ey. Was? Oh, ich glaub's nicht. Alter, nee. Ich glaub's ja nicht. Schnell wieder hier auf meine sichere Position. Also sicher, in Anfangszeichen. Oh, krass, ey. Was zur Hölle geht denn hier ab? Ah, ist zur Hölle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hab ich mich da bloß eingelassen hier? Okay, also erstmal gucken. Da ist noch ein Gang. Da ist nichts mehr. Wenn das jetzt dieser Schrei war oder was das war, dann schätze ich mal, war es eine Art Wehrwolf. Aber was war dann dieses komische Geräusch von vorhin? Da war doch noch irgend so ein, so dieses... Oh Gott, ich würd's mir gar nicht vorstellen. Mann, 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 Mann. Okay, geht's da rauf, oder? Ich geh jetzt echt rauf. Ich geh so drauf. Ich geh da nicht rauf, ich geh einfach nur drauf. So sieht's nämlich aus. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. So, Schwert zücken und gucken. Schwert zücken und runterfallen. Eisen. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. So als Minenarbeiter, ey. Das ist nicht lustig. Das macht echt keinen Spaß bei der Arbeit. Irgendwie bin ich jetzt neugierig, wenn das jetzt ein Wehrwolf war, was dann dieses andere Geräusch von vorher war. Und wie das dann aussieht. Und vor allem, wenn der Wehrwolf wahrscheinlich ist, fast nicht zu töten. Was dann da auf mich wartet, ne? Was ist los, wieso ist es so still? Was ist los, wieso ist es so still? Okay, okay. Also, für Fackeln ist gesorgt. Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gestoßen. Okay, hier scheint irgendwie nichts mehr drin zu sein. Ja, geht's noch nach oben. Da ist aber Schluss. Creeper. Dich hab ich gesehen. Ah, na, davon, da kommt er ja, oder? Von wo kam er denn? Boah, ist er fast da runtergefallen, oder? Okay, okay. Okay, unter mir, über mir, wo? Für was gilt diese Warnung? Oh Gott, da geht's ja noch tiefer wieder rein. Aber da glaube ich, ist Ende. Nee, nicht mal. Oh, fuck. Habt ihr es wieder gehört? Ich glaube, wir nähern uns wieder diesem komischen Ding. Okay. Okay, 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 okay. 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 So, ich mach's noch Eisen. Ich nehm jetzt schon eine halbe Stunde auf. Ich werd gleich mal schnell Stopp machen. Und zwar jetzt. Es gibt, äh, gleich. Wir beide. Okay. Okay. mural.